So, da sind wir beim zweiten Part von Let's Play Minecraft. Ja, das ist jetzt schon etwas länger her, das ich aufgenommen habe. Ich entschuldige mich auch dafür. Aber ich hatte in letzter Zeit nicht so viel Bock alleine zu spielen. Aber der liebe Niklas ist auch dabei, also als Gastkommentator so. Der wird öfters auch mal was reden. Ähm, ja, ich habe hier auf jeden Fall mal geändert. Auf jeden Fall starte ich nicht. Warte mal, ich habe ja... Witz. Ähm, also ich habe da eine Eisentür hin gemacht. Ähm, und das war's. Okay, ich habe mich da schon ein bisschen drunter gegraben für... Eine Eisentür hast du denn gemacht? Ja, ja. Eine Eisentür... Eine erste... Ja, ja, weil ich wohne in einem NPC-Dorf und da laufen die NPCs die ganze Zeit in mein Haus rein. Sonst, wenn ich eine Holztür habe. Wie ist er? So. Ach, scheiße! Was dann? Ich habe den Cobblestone-Grober voll falsch gebaut. Ja, er spielt über den Skyblock. Hallo, Ruder. Siebzehn Kohle für ein Smaragd, all die die bieten voll die geilen Sachen hier an. Siebzehn Kohle für ein Smaragd, das ist billig. Ich habe jetzt echt Bock mit dir, da, die ist zur Weile zu zocken. Ja, du kannst Bildschirmübertragung haben. Mit dir zu zocken, sagte ich. Und ich, bei dir zuzugucken. Ja, ich war schon. Äh, okay. Ich beschreibe dir ungefähr, was ich jetzt mache. Also, jetzt laufe ich über Gras. Jetzt wieder. Ja, man muss so nicht. Jetzt noch immer. Jetzt laufe ich über Sand. Jetzt noch mal über Sand. Noch immer. Ja, und ich habe einen Wüstentempel. Na was? Einen Wüstentempel. Also, ich habe den Sieg jetzt echt davon nicht ausgeforscht oder so. Ich bin nur kurz in die Welt, habe das NPC draufgesehen, dachte mir, geil. Nimmst du die Welt mal für das LP? Okay. Redest mit dir oder dein Abos? Mit mir oder dein Abos? Mit beiden. Ach, du hast also nur ein Abonnent? Okay. Leute, ich bin im Creative. Das ist ja geil. Der hat der Raffi wohl doch erkundigt. Und der? Nein, ich habe hier nur erst das Test gemacht in diese Welt. Ja, 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 Raffi. Das sagen sie alle. Ja, ist so. Komm mal scheiß jetzt. Das sagen sie alle, wenn sie auch scheiß gemacht haben. Fuck. Ich wäre fast auf die, also, ein Dingens wäre fast auf die Druckplatte drauf. Und? Ein Item, aber gut, dass das Steindruckplatten sind. Ist doch schlimm. Jason, zwei Diamanten. Ja. Was? Zwei Diamanten. Sechs Gold. Und sonst nur noch Rottenflaschen. Ach so, auf die Druckplatte meinst du okay? Dann ist das ehrlich schlimm. Ja, ich habe zwei Diamanten, Mann. Ich habe zwei Diamanten im zweiten Part. Oh, ja. Wie sauviel Glück muss man denn eigentlich haben? Soviel Glück wie Raffi hat. Ja. Schon im Together finde ich einen Dschungeltempel. Ach ja? Stimmt. Ja, und jetzt bin ich auch noch in meiner Singleplayer-Welt gleich noch in einem Wüstentempel. Wie viel Glück muss man haben? Das ist... Boah. Boah, ich wollte mir gerade den Arsch ab. Und wieder hoch. Ist sonst noch was dabei? Nee. Muss ich... Muss ich nicht so hochbauen. Lol, hier wächst ein Pilz drin. Ein Wüßentempel. Ich muss die Wolle hier abbauen, die Orange und die Blaue. Fuck. So soll eine Runde gefallen. Wie viel Glück muss man haben? Nur noch so viel wie du. Ja. Boah. Ich bin gerade barf. Alter, dein letzter Zeit war ich bei Trouble, wenn wir nur noch Minus kam, war echt. Das ist richtig. Ich habe von 1.700, 1.610. Ich bin ein wenig, ich bin gerade Detektiv und habe gerade neun Leute, äh, neun. Ich habe aber auch noch Kürbisse gefunden. Drei Leute gekillt, weil die mich angegriffen haben und ich bin Detektiv, dann denkt man doch, dass ein Traitor, ne? Ja. Dann habe ich die gekillt, den hab ich gekillt. Önos. Ach ja, tut ja. Ich habe auch gerade noch Kürbisse gefunden. Alter. Das Film nur noch mehr lohnsam gleich in einer Mine, wo ich also es reingehe. Was wäre denn hier jetzt? Die Krönung wäre das. Alter, ne? Ach ja, der Mann muss man, macht es auch gleich noch viel realistischer, das Ganze. Mit der Vogelswitsch. Ja. Ist so. Ähm, okay, ich lebe ja jetzt erstmal in meinem PC-Dorf. Ähm, und danach werde ich mir wahrscheinlich auch noch ein normales ausbauen. Ist klar. Ähm, so. Hallo, ich bin wieder da. Hörst du meinen Sound? Ja, ich höre den Sound, wieso? Oh ja, wie geil. So, ist da oben. Und jetzt noch ganz schön. Zwei Dias. Soll ich mir gleich... Ne, ich mach mir nicht gleich ein Dias-Schwert draus, glaube ich. Oder? So. Ne, ich mach mir nicht gleich ein Dias-Schwert draus. Okay, ich wollte meinen gehen. Äh, Eisen habe ich ja jetzt ein bisschen... Alter, Kraft-Tobolus ist immer noch nicht anders, es gibt mir den ab. Ich glaub, der einer hat vergessen, uns selber anzulocken. Da hab ich auch so das Gefühl, das ist ja... Aber ich mal... So, ich hab auch wieder meinen normalen Skin drinnen. Nein, schade! Schau doch, schau doch! Das ist ja scheiße. Ich finde, der sieht so fail aus. Holt, du musst ja echt mal neu machen. Soll ich die meinen machen? Ne, passt schon. Ach ja, ich kann mal mal ein Intro. Vielleicht ist es ja auch jetzt schon dabei. Bei diesen Part, ich weiß ja noch nicht, weil ich den hochladen. Ähm, je nachdem. Vielleicht ist es ja schon dabei. Und ich mach mir noch, ich mach die Mann 90 und wenn, wenn dir gefällt er. Nein, ich bleib bei dem Skin, das ist mein Profilbild auf YouTube. Ja und? Ja, ich muss bei dem sozusagen dann bleiben. Ich kann es auch ändern. Ja, aber das machen die wenigsten. Wenn man auf YouTube angefangen hat, dann sollte man auch sein, dass ich nicht eben dann nicht. Ja, Leute, ihr könnt ja mal Themen in die Kontate schreiben. Fürs Letzt-Pack, die Räder, was wir doch nicht so besprechen können. Das wäre so nett. Ich habe ja extra Google Docs, aber die schreiben nichts, die Leutchen. Google Docs? Ja. Google Docs persönlich nicht. Kennst du Google Drive nicht? Ne. Google Docs Google Drive. Ich kenne das nicht, was ich mache, was denn? Ja, das ist so, das sind so Formulare, die man ausfüllen kann. Das heißt, ja. Das sind Formulare, die man ausfüllen kann. Du kannst mir auch mal verschicken. Ach, da kann man so Kommentarfragen machen und so? Nee. Da füllt man dann Sachen aus und ja. Ja. Die Verrösten hier waren fertig. Die Verrösten hier auch. Die Verrösten hier auch. Verrösten hier auch. Verrösten hier. Verrösten hier. was regt mich auch ja ich glaubte um jetzt kann sie gern mit dem Traum mit 60 Prozent nur welchen starten man sieht ach so achten und zu einem PC-Dorf und in der Tempel da hinten steht der 5 10 auf die Plätze bis zum Ziel die Heller Prozent warum hast du da oben immer dieses Bild drin 8 1 Prozent es mehr ich bin das nicht also ich wollte gerade auf Höhen Tour gehen und Karotten mitnehmen zum Essen also mit Karotten und so muss ich mir keine Sorgen machen und die Mauer und jetzt leckte ich kann das Bildschirm erlaubt also beim Elektrischen ich bei mir ein bisschen aber das so ich mache mir eine Brote und dann ich erst mal noch nicht ich war genau ein neunter Abonnent und dass man nach werden Kenzi Picks Crofter weiß ich nicht auf jeden Fall der hatte mal der ist jetzt eigentlich schon voll bekannt und der hatte da man damals in der Kau dies Bademeister Lp Prozent um und da weiß ein zweiter Abonnent bei seiner ersten Kau Ego ist der Fettbewerb so nach schlafen der ganze Zeit wohl gespänt Prozent vor allem schon nach oben Prozent wo aber das ist es sehr viel gewesen gerade ja ich in die Zukunft ist wohl noch um du kannst du auch mal sonst weiß Slot Server für ich gehe mal kurz bei Nitrado und ich gehe bei Horst und Lamme Unlimited Kunden Leer schauliebe bei Nitrado kurz ja okay nein hofft und sie ist ja okay das ist billig Stilgert nicht weil doch wenn ich in die Seite zwar nicht damit kenne ich mich zwar nicht aus aber davon ist unser Server wir haben ja mal für die Geschenke er solltet der Gäste aber was er war der Nutzer überholen und sich jetzt ein ja jetzt was denn Prozent weiß ich nicht mehr also das geht mein Kraft ganz aber ist aber gut so mein Gott geht es aber ein bisschen mein Kraft am liebsten Gäste war wollte aber auch so lange nicht so oft mein Gott der eigene Welt online schon auf vier Euro Ach egal was ich nehme Nitrado ja Nitrado ist übersichtlich damit kenne ich mich ausgefiehend zwei Slots dürften nicht allzu teuer sein aber wenn dann will ich gleich mit vier Slots nehmen so warum naja um und wie das jetzt hier ich habe sich ja geändert ich habe mit dem Ort es ist geändert ich kann mir jetzt für drei Tage ein Kiki es war zu holen ja mit der Anbieter nicht weniger anglauben die Karte bitte gar nicht weniger anglauben doch wir wollen die TXN Szent für wie viel drei Tage auf die Slot aber soll ich hier die Stiftung des Parkexer war und jetzt wird schafft abweg so war bei sich und EPS Parkex-Sauber die in der für mein kopf reicht ja das ist ja Junge ja ich weiß